Also aus der Ferne sieht er weiß aus. Jetzt gucken wir mal, ob er wohl kommt oder ob er sich wie geniert. Sattel komm mal, komm. Sattel komm mal, zeig dich mal oder schämst dich? Ja komm mal. So, jetzt haben wir die Schokoladenseite. Jetzt brauchen wir noch die wirkliche Schokoladenseite. Und jetzt erzähl doch mal genau, was ist das? Scheiße, gell? Schwein ist scheiße. Ne, bleib ruhig ein bisschen weg von mir. Ja, das ist lecker. Das ist super lecker. So. 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 So.